Natürlich ist es ein internationaler großer Klub und man kriegt natürlich sehr viel mit von Chelsea und wir wissen, dass sie eine gute Mannschaft haben, dass sie enorme Qualität in ihren Reihen haben, aber das haben wir auch. Wir werden natürlich versuchen, in dem Spiel alles zu geben, dass wir erfolgreich aus dem Spiel gehen. Natürlich hat Hansi Flick einen großen Anteil geleistet. Er hat es geschafft, in relativ kurzer Zeit den Schalter umzulegen, sodass die Stimmung innerhalb der Mannschaft sehr gut ist, dass wir als Mannschaft wieder funktionieren und so Fußball spielen, wie wir es gewohnt sind.